Musik 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 Hä? Haben die mich auch angegriffen jetzt gerade? Das haben die gemacht von mir, die alles gemacht. Versteh ich nicht. Ausbildung Ausbildung Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Vertical System check okay. Stealth Panzer einsatz bereitet. Vertical Bomber, pass auf Kurs an. Roger. Angriff Fully bereit zu halten. Pass auf Kurs an. Sammler wird angegriffen. Einheit beschert. Einheit verlobt. Einheit verlobt. Einheit verlobt. Na und? Feindliche Einheiten in Sicht. Dafür kommt ihr ein dreckige Waffenfabrik Verloren. Aber wo schießt denn die da immer bei mir? Versteh ich nicht. Aufruf 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 Wird gefährlich wenn wir gehen wenn wir ja Boah das wird jetzt so hassen. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was soll ich denn nicht durchgedrängt? Bereite Bombe ab. Warte. 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 Warte, diese Botta. Macht komplett Dreck an den Knacken. Das trifft euch, wer der Blitz beim Scheißnetz. Die Pisse, ihr Huren. Böcke, Entschuldigung, für die Idee. Das ist ein Boot, das sich frechert, was sie jetzt gemacht haben. Eis, Köln. Meierer Fässerik ruiniert. Rache heute. Dies gibt her. Dies gibt Rache. Initialisiert. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Tiberium ist die Lösung. Hä, wieso kommt der immer nur Bombe? Man kann nie genug haben. Ja, mehr Tiberium. Man kann nie genug haben. Wieso? Doch, ich kann keine Einsachen. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr das. Nimm den Only-67-30-35. Aber das ist nur noch nicht mehr. Waffen militärisiert. Ich hole doch was Böses. Betriebsbereit. Da steht nur so Dreck der Turm, oder? Feindliche Einheiten in der Sicht. Baul abgeschlossen. Dreck. Ja. Systemcheck, okay. Vorverstütz-Dopferd-Angeger. Sammler-Darm-Check, okay. Einheit für Angeger. Ah! Einheit befördert. Roger. Wir sind bereit. Wir kommen. Vertigo. Systemcheck, okay. Ausbildung. Baulterbogen. Abgebrochen. Baulterbogen. Waffen-Ziel-Cordinator-Klon unterwegs. Passe Kurs an. Dreck. 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 Und zureichende Mitte. Nichts nis. Das ist nix nis. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Basis in sich. Verfeindliche Basis in sich. Dann steht mir. Feindheit verhoben. Avatar bereit. Waffen initialisiert. feindliches kommando entdeckt Ausbildung, Bau unterbrochen, abgebrochen, Ausbildung Unterbrochen, abgebrochen und erst offen Die Bruderschaft vertraut mir, Avatar bereit Ich kann Ihnen helfen Wo steht denn Dünnöl, ist immer noch nicht Ich bin so gut Hm, jetzt kommt der Eisquark, mein Ingenieurblock machte die Feindliche Einheiten in Sicht, Ausbildung, unzureichende Mittel Mooooon, das wird ja auch runtergehen, das dauert ja Oh, Stunden später Ich warte Die Bruderschaft vertraut mir Es wird uns gehören, ist der Panzer Einsatzbereich Ausbildung Verstellt nichts mehr von mir Die Bruderschaft vertraut mir Welche Bombe habe ich denn da noch? Vertigo Bombe Was war? Ein Heifung Ein Heifung So, passt wieder Wir sind da jetzt Jetzt greife ich mal her, was man sich wieder sieht Jahre lang ist Dünn da, bis ich nicht einmal durchkomme Feindliche Basis, wir reviviert Ein Heifung Ein Heifung Ein Heifung Ich glaube, ich brauche ich den trommeln Ein Heifung Ein Heifung Ein Heifung Ein Heifung Ein Heifung Räume Weg frei. Roger. Silos benötigt. Endlich. Ausbildung. Ausbildung. Betriebsbereit. Fahrwerk. Ziel bestimmt. Ja. Brücke vor. So. Ha! Ah! Kein Strom ist auch kein Video, Robo! Nett! Sooo, muss ich sagen! Schätze, du ich! Ausbild-feindliche Basis zerstört! Einsatz vorbei! Einheit wird angegriffen! Waffen initialisiert! Ja! Ziel erfassen! Roger! Oh, tschuldigung! Ah, okay! Auf geht's an! Arbeit im Kursabteil ein! Bombenschacht öffnen! Einheit wird angegriffen! Einheit wird angegriffen! Einheit wird angegriffen! Einheit verloren! Unzureichende Mitte! Na und? Mal wieder unzureichende Mitte! Einheit wird angegriffen! Das mach ich mal! Das Ding so, Alter! Das verlöst nix! Abelkommunikation! Einheit wird angegriffen! Einheit wird angegriffen! Abelkommunikation! Abelkommunikation! Strahlenkanone online. Aktiviere Waffensysteme. Arbeiter. Dachte ich mir. Ja. Strahlenkanone online. Bestätigt. Roger. Bestätigt. Gehe in Position. Einheit wird anbegriffen. Einheit verlobt. Passe Kurs an. Nehme Kurs auf Zielsektor. Wandel rein. Wandel vor. Jetzt ist Avatar. Weiter aus dem E-Toffel. Optik aktiviert. Heide. Ich hab dir Rops. tiefe die um zählt überhaupt wiiuiuiuiuiuiuiuiui ihr wollt mir da ich Tschüt die luser jetzt kommt die fliege wieder auf naja, er kommt die fliege wieder auf komm mal durch die kopf jetzt wird sie dran jetzt schau dir rein Ja, hier, hier sind es von den Gefangenen. Wirklich? Ich glaube, wir müssen da aber dreifelt die Stuhlfors. Ja, komm, der hat sich geschossen. Ich habe mir nicht voll gesteilt. Nochmal schon. Ups. Gut, gut. Vernichte das und mein Herz gehört dir. Wenn sich meine eigene Armee gegen mich wendet, wird es Zeit, diese jämmerlichen Tiere zu verlassen, die sich selbst als Menschen bezeichnen. Ich entfliehe diesem verfluchten Felsen. Aber... Jetzt? Jetzt wird erstmal gefeiert. Die Falle ist gespannt, der Köder ausgelegt. Die GDI wird sich ihr eigenes Grab scharfeln. Du siehst, die Vorbereitungen laufen bereits für Phase 3. Wir nehmen uns nur, was nötig ist für die Errichtung eines gewaltigen Tempels. Für das Jenseits. Wir warten noch eine Woche, dann werden du und ich und die anderen meines inneren Zirkels gen Himmel fahren. Aber unser Werk auf Erden ist noch nicht vollbracht. Du fliegst mit deinen Truppen nach Australien. Rette möglichst viele von Killians Einheiten, wir werden sie später noch brauchen. Geh jetzt, mein Sohn, und vergiss nicht. Zweifle nicht. Die Erlösung ist nah. Geh jetzt! Geh jetzt!